Hallo zusammen, im heutigen Video geht es um Reparatur von Stahlruhen mit Kunststoffmänteln und zwar aus Polythylen oder Polypropylen. Wenn ihr diese Reparaturmaterialien bestellt, ist das der Karton, wo 15 Sets drin sind. Ich habe mal hier ein Flicken schon vorbereitet und zwar ist ein Flicken-Set, bestehend aus Schmirgelein zum Aufrauen, bestehend aus einem Füllkit und natürlich die Montageanleitung und der Flicken an sich selbst. Der Flicken besteht aus einem modifizierten Polythylen mit einem Temperaturindikator und dem Kleber, damit ich eine Haftung auf der PE-Werkzone bekomme. Er wird mit der Flamme verarbeitet. Am Beispiel an einer Rohrleitung D150 mit einer Schadstelle werde ich euch jetzt den Flicken zeigen. Grobe Verschmutzungen werden getrocknet und entfernt, zum Beispiel mit einer Handgrabbürste. Sollten ölige, fettige Verschmutzungen vorhanden sein, müssen die mit einem geeigneten Reiniger entfernt werden. Die schadhafte Werksumhüllung wird mit einem geeigneten Werkzeug so weit entfernt, bis festhaftenden Werksumhüllungen sichtbar ist. Bewehrt haben sich hierfür Raspeln mit einem halbrunden Blatt. Mit einer Propanflamme wird nun die zu behandelnden Stelle erwärmt. Dabei ist darauf zu achten, dass die Oberfläche nicht verbrannt wird. Die angrenzende Werksumhüllung wird mindestens 250 mm um den Reparaturbereich mit dem beiliegenden Schmirgelein oder einer Handradbürste in Umfangrichtung aufgeraut. Der mitgelieferte Betyl-Coucher-Kit dient zur Ausfüllung des Schadensbereiches. Überschüssiger Kit muss entfernt werden, zum Beispiel mit einem heißen Spachtel. Nun aktivieren wir die Kleberseite des Kebulin-Flicken C50 mit einer Propanflamme. Der Reparaturflicken wird mittig auf die Fehlstelle positioniert und angerückt. Dabei ist es zu empfehlen, Andruckrollen zu nutzen. Beim nochmaligen Erwärmen des Kebulin-Flickens C50 von außen wird der Temperaturindikator entfernt, um ein vollständiges Verkleben des Flickens auf der ganzen Schadstelle sicherzustellen. Ich hoffe, ich konnte euch verständlich zeigen, wie ich ein Stahlrohr mit einem Kunststoffmantel repariere. Habt ihr weitere Fragen? Sucht ihr auch andere Möglichkeiten, Rohre zu reparieren? Kontaktiert uns, schaut auf unsere Webseite oder ruft mich einfach an. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald! Bis bald!